Hallo, mein Name ist David Spillmann und bald ist es soweit. Ich starte mein Projekt Soulman im Altersheim. Mir ist ein grosses Anliegen, dass die Berufsgattung Soulman endlich in das Altersheim kommt. Was ist Soulman? Soulman ist nichts anderes, als einer, der Zeit für Bewohner im Altersheim hat. Neben dem, dass ich einfach ganz viel Zeit für sie habe, möchte ich auch diverse Aktivitäten mit ihnen machen. Wie zum Beispiel... Oder spazieren, etwas vorlesen, mit ihnen ins Theater, mit ihnen an den Dorfmeeren, an Geburtstag gehen, ins Kino auf Reisen gehen, mit ihnen eine Zugfahrt machen, mit ihnen einen Überraschungsbesuch bei den Kindern machen, mit ihnen einen Opelrüsten, am Teigocken und am Ende zu fahren, mit ihnen eine Zeitung vorlesen, mit ihnen applaudieren, mit ihnen zuzuhören. Ich kann mit ihnen auslaufen, mit ihnen singen, mit ihnen kumpen, mit ihnen Ausflug machen, durch alte Kante, mit ihnen Probleme lösen, mit ihnen ein Schottkiposter, mit ihnen lachen, mit ihnen das Radio einstellen, mit ihnen das Zimmer aufruhen, mit ihnen das Zimmer einrichten, mit ihnen die neuen Apps vom Nattler erklären. Das klingt jetzt alles sehr einfach oder sogar billig. Aber ich bin überzeugt, dass dieser Beruf einen grossen Wert hat für die Bewohner, die im Altersheim wohnen. Für eine finanzielle Unterstützung würde ich mich sehr freuen. Und ich hoffe, man sieht sich schon bald bei der ersten GV, bei der ersten Soulman GV, wo du hoffentlich auch dabei bist. Danke für die Unterstützung und alles Gute. Tschüss zusammen! Tschüss! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.